Ja, Tati in die Arme hoch! Alle Hände! Oh mein Gott! Ruck an links! Alle Hände! Tschüss! 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 Okay, ich rapp jetzt mal leise. Komm umsonst in den Club, denn ich bin Adolf Hitler. Ihr seid ein Scheitel-Swag, ja ich bin ein Hipster. Häng grad im Ritz mit Karl Lagerfeld rum. Wer mich isst, ist entartete Kunst. Check mein Sextape. Gina, Lisa von hinten, bam! Bei mir gibt's nur Schwarz-Weiß-Fotos. Instagram! Ich bin im P1, bade in Kristall. Denn ich bin Nico Seyfried! Oh mein Gott, das ist er! Nein! Doch, doch! Ich schwöre, das ist er! Oh mein Gott, er guckt rüber! Ey, guckt hier rüber! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er hat dich angemächelt, ich hab's genau gesehen! Ja, ich bin's! Ich bin Adolf Hitler! Was macht er denn im Club Club? Kann sein, sieht er immer größer aus! Vielleicht dürfen die in den Backstage, oder? Oh mein Gott! Lass ihn anpassen! Nein, traust du dich? Na klar! Ich koch' auch nur mit Wasser, ich bin Adolf Hitler! Der Flachviseur erkennt die Spinnenbeben aus mein Hitler-Bad, damit ich schick aussehen nach 70 Jahren Mittagsschlaf! Ich zieh' die Hakenkreuzlein! Aus purem Speed Hitler! Ich ziehe was, was du nicht ziehst! Baby, du weißt, wenn ich mit meinem Finger schnipse, stehst du bloß zwei auf Schnittlers Liste! Ja! Mädchen, ich bin es wirklich! Nach der Party sieht der Club aus wie's Gresen 45! Guckt, wie ich den Porsche mit Meschelblumen volltanke! Die deutsche Antwort auf die Playboy-Menschen-Wolfschatte! I got bitches! Suckin' on my Dali-Pup! Ich werde angebietet! Azikon! Hier fällt dem neuesten Ferrari vor Die Smet-Bag-Jacke aus dem Amistore Sonnenbrille, Ray-Ban, Charli-Jord Button up, head it up! Adol! Thorsten Adolf Hitler! 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 Ein deutscher Badboy! Nummer eins, Partei, Wind, Gries, Number! Der erste Rüssel, Reicher auf den Spiegel, Cover! Bis eben war die Party das letzte wie dieses Einhorn! Alle wollen gegen das Börschen fliegen mit durch das Seithor! Ladies findet meine Quadrappart perfekt! Sie lieben Adolf Hitler, nenn es AHA-Effekt! Denn die G's sind so eng, dass man sieht, was ich denk! Spann die Muskeln an und die Büsse fliegen vom Himm! Meine Großmänner kennt mich, fragt sie, wer ich bin! Ich bin! Und jetzt hätt ich gern ne Nase wie die Swing! Gute Frage? Gute Frage! Hier, 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 hier! Nächste Frage! Wer fährt dem neuesten Ferrari vor? Wer? Snapback-Jakke aus dem Mami-Storm! Sohn, Willow, Ray-Bag, Charly-Dohr! Wer? Pum, no, turn it up! A, hoi! GOTSE NADOLIFINDIEN Okay, Zeit für mehr Bier! Ja!